Der Schrecke Oh, ja, genau, weil er mich hier wegschuckt, alter Du Arschmann Allihallo zu einer neuen Folge, GTA Online Ja, mit den zwei Menschen da Die zwei Menschen Hallo, ihr Menschen Mensch, kein Kontakt drin Es war voreingestellt, also ich könnte es zwar vielleicht umstellen, aber ich habe Angst Wahrscheinlich ist es was blödes Die Angst bestätigt sich Was? Ich sehe nichts Nein, 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 nein Was? Hä? 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 Wir sind zu weit unten, wir müssen eins hoch Ups Hä? Was ist denn die andere Schlampe hoch? Andere Schlampe? Was läuft du? Ich hätte doch den Zentorno nehmen sollen. Ich habe ja einen Zentorno. Hey, ich wollte einen Edder. Oh, zu weit! Nein! Zu weit! Falsches Parkhaus. Hä? Unsichtbare Mauer, mal wieder. Hä? Was? Hä? Oh Gott, das war nix. Das war nix. Du hast auch nicht geschafft. Nein. Ich habe gerade gedacht. Dann lasst euch mal Zeit, ich bin nämlich... Machst du schon? Das sind 47 Checkpoints, das dauert. Ihr wolltet 2. Nein! Wir haben aber nur eine Runde. Ja, Gott sei Dank. Also von daher passt das. Alter, wie schwer ist das denn? Das ist übel schwer. Vor allem immer die unsichtbaren Mauern, die da... komischerweise sind. Bin ich mal eine Schlimme. Boah, daneben! Daneben! Alles daneben! Oh, mit Zotano war ne Scheißwahl. Ich hab das Gefühl. Boah, Scheiße. Lol. Explosion! 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 Ich häng' hier fest! Fuck! Fuck! Nein! Ja! Klar! Ist okay! Äh, hä? Was? Ah! Hi! Wir können jetzt Synchronspringen machen. Hm. Hey, ist hier nix! Nein! 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 Ich esse nur ein Ei! Ein Ei! Ein Ei! Ah! Boah, das ist... Über-Bro-Skill-Level einfach. Über-Bro-Skill-Level? Ja! 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 Ich schaff's nicht mal gerade runterzufahren, so schlecht bin ich. Ja, ich hab's geschafft! Hä? Pro Gott, du bist schon da? Ja, klar. Lol. Was haben die für'n Glück, hä? Lol. Ich krieg' n' Affen. Krieg' n' Affen? Warum kriegst du n' Affen? Warum kriegst du n' Affen? Mann, Affen sind toll! Oh, Mann, ey! Äh! Man späuch' auch immer so hässlich hier. Immer wieder das allerletzte. X-Day. Ich weiß, warum hier 47 Checkpoints sind. Weil hier auf 1 Kilometer 2 Millionen sind. Weil er gleich ein Ziel hat. Okay. Ich bin gleich fertig. Ja, genau. Dann bleib' ich hier auch noch hängen. Ich mach' den Rückwärtsgang. Move. Okay, jetzt versteh' ich's auch. Wieso machen wir's so viele Checkpoints da? Weil das kann. Boah. Ich schaff's nicht rüber. Egal. Oh, das gehst du echt rum. Egal. Dann brauche ich mich nicht mehr anstrengen. Hä? Da. Ja. Haha. Mann, hey! Wunder' du scheiße. Ist doch noch eine Scheißwahl. Für das hier. Genau, jetzt schaff' ich's oder? Nein. Nein. Wiiiiiii. Wow. Bam. Schön geparkt. Dass es eh gleich vorbei ist. Wuhuu. Wuhuu. Hahaha. Mensch hey. Hätte man doch drei Runden fahren können. Unglaublich hier. Wacht, bis ich jetzt wieder level-dauert so ewig. Und beißtest du dieses Motorrad auch? Aber nur in der Pipeline. Wir hupen um die Wette! Oh Mann, hey! Immer selber hier mit uns! Oh oh, oh oh, ist gefährlich! Oh oh! Oh oh! Hau ab! Wo? Hau ab! Hau ab! Hau ab! Das ist gefährlich, was du da tust! Sich an Menschen überfahren! Ups! Ja genau! Das ist gefährlich, was du da tust! Sag ich doch! Oh oh! Das ist gefährlich! Ich hab Windschaden, ich hab Windschaden, ich hab... Ja genau! Du spremst! Ja, habt ihr euch bei... Oh, Auto! Wollt mal anklopfen! Das war schon mehr als anklopfen, das war Tür eintreten! Polizei! Ah nein! Oh Mann, hey! Ich hab ganz schön massiv hier, hab ich grad gemerkt! Nein, echt! Ist aus Massivholz! Massiv? Massiv, Digga! Ja man! Volles Risiko, quer über die Straße, jawoll! Du, 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 du! Könnt ihr euch da vorne mal umfahren oder so? Nein! Ihr seid eh schneller! Von daher! Ja! Trinkt ihr mich! Oh, Auto! Oh, Auto! Ah! Ah! Hi! Let's get! Let's get! Okay! Hau ab! Ha ha! Hopp! Oh my fucking shit! Die hat OH MY FUCKING SHIT gesagt! Ha ha ha! Ha ha ha! Ja, ich auch grad, genau! Mein letztes Stintlein hat geschlagen. Der letzte Stintlein? Boah, das ist mir zu schnell. Oh, der Arschhild. Alter, was für Kurvenlage hier. Da runter. Boah, du Arsch! Er hat mich einfach rumfährt. Lol. Einfach so. Ihm passiert natürlich wieder nichts. Also nicht verweist. Ja, deswegen ja. Ihm passiert mal wieder nichts. Ah, Mauer. Scheiße. Boah. Unglaublich. Hi. Hi. Die Rennen werden spannender. Hi. Ja, weißt du, wie schnell er auf einmal ist? Boah, das geht an alle. Verdammt. Da hätte man auf die Straße gucken sollen. Ja. Könnte hilfreich sein. Ich hab da jetzt gedacht, es geht geradeaus weiter. Und nicht hier an die Tankstelle rein. Boah, Auto. Oh, Mann ey. Genau, noch ein Auto. Boah, kommst du denn jetzt plötzlich her? Ja. Boah, boah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Au, verdammt. Nein. Ja, ich weiß, dass ich... Aua. Aua. Ich bin vorgegen Schild gefahren, verdammt. Nein, ich bin rechts von der Leitblank. Nein. Nein. Ich bin rechts von der Leitblank, hätte aber links müssen. Hätte aber links müssen. Boah. Nein, ich bin... Oh, ich kack zweimal an der gleichen Stelle ab. Hallo. Hallo. Hallo, Jungs. Hau ab. Hey, wir haben endlich mal Pipeline auf der Schrecke. Oh, ja, genau. Weil er mich hier wegschuckt, alter. Du Arsch, Mann. Du hast selbst begonnen. Oh, Mann, ey. Davon ist Steven, weiß? Du Arsch, ey. Davon bist du letzter jetzt. Das war's davon. Mann, ey. Das war mal ein geiles Rennen. Ja, danke. Ja, war cool. Unglaublich. Trotzdem, alle immer noch so kurz die Rennen. Ja, verblüffend mit diesem schönen Motorrad. Sieht total hässlich aus. Die Barty ist schon immer noch richtig cool für 16.000 überhaupt schon. Die kostet 600.000, oder was? 60.000. Die ist... Also, die Barty kostet 16.000 ungefähr, und die kostet 600.000. 600.000. Weil mein, die kann... Keine Hupe. Keine Hupe. Ich geb's zurück. Ah, ich weiß noch, warum die so billig ist. Ich glaube, es ist ein Elektromotorrad. Hat keinen richtigen Sound. Ja. Es hat nur so... Plastik. Deswegen ist es so teuer. Nur Plastik. Bremsen nicht vergessen, Marcel. Nein. Meiner Bremsen, Marcel. Bremsen. Boah, in dieser Folge kacke ich aber ab. Wuiiii. Oh, Auto! Ja, genau. Ey, unfassbar. Unfassbier? Unfassbier, Mann. Ey. Immer dasselbe hier mit den Autos. Die stellen sich genau immer dahin, wo ich fahre. Fassbänder? Fassbänder und ein Fassbänder. Warum fahren hier so viele Autos? Du hast vorhin gesagt viele Autos. Nein, das war ein Spaß. Warum fahren hier Autos? Weil die es können. Hä? Noch zwei. Was ist noch zwei? Autos. Und noch zwei? Die kommen hier mal paarweise. Die trauen sich nicht alleine hier unten. Oh, er ist mutig. Er kommt alleine. Richtig, der Bad Boy. Aber hallo. Bad Boy, Bad Boy, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad Boy, Bad Boy. Willst du mal hinten bleiben? Bad Boy, Bad Boy. Du machst mich hier nervös. Oh, Schild. Stein. Nein, Baum. Noch ein Checkpoint. Noch ein Baum. Noch ein Schild. Ich lebe noch, jawohl. Ich weiß nicht. Schild. Ah, Klippe. Ah. Oh, Luft. Und der nächste Sieg, jawohl. Ja, super. Er rasiert. Er rasiert alles. Juhiii. Ha, 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 ha. Gut Style. In's Finish. Ah, ha, 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 ha. Aber damit dann war das für heute wieder dieser Part, eh? Ha, ha, ha. Und sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiederhören, Logan. Tschüss. Hoh, ha, 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 ha. Hoh, ha, 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 ha. ona 같아요tings Da Re Geburt hma USA Untertitelung des ZDF, 2020